Das sieht aber schön aus, da oben. Da möchte ich total gerne hingehen. So, weißt du, vorher nix. Nix, du, was inventarvoll. Ich geb dir gleich inventarvoll. Da müssen wir was benutzen. Oh, wisst du was? Warum nicht? Äh, eh. Ja, komm. Wir sind mal verschwenderisch. So. Hallo? Müssen immer diese Sounds sein? Muss das sein? Lauf! Ayatollah! Ah! Aha! Schön. Ähm. Wir wollten mir nur Angst machen mit diesem doofen Tunnel. Haben sie auch geschafft. Ach, hier sind wir. Aber ich fress ein Besen, wenn hier nicht noch irgendwo Monster sind. Ich fress ein Besen. Das kann nicht so einfach gewesen sein. Wenn wir vorhin schon auf dieser kleinen Brücke hier vorne Monster waren, dann sind da jetzt auch Monster. Ja. Okay. Einmal. Umsehen. Ah, ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Penner! Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst! Ich habe es euch vorher gesagt! Ah! Ich habe es euch vorher gesagt! So! Aber mir glaubt ja keiner. Nein, nein. Immer. Nie meine ich. Nie. Immer nie. Jawohl. Nie immer. So. Ah! Hui! Ich habe es gewusst! Ich erschrecke mich ja nicht vor den Viechern selber, sondern ich erschrecke mich davor, dass die so schnell an mir dran sind. Und wenn die schnell sind und dann bei mir sind, dann erschreckt man sich. Das ist so, wie wenn man eine Spinne von Weitem sieht, ist das nicht so schlimm, als wenn die bei einem auf der Hand sitzt und dann schreibt man... Ah! Und so, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Und jetzt will ich nicht noch mehr Monster, bitte. Danke. Ist aber schön. Äh, obwohl, wisst ihr was? Wir gehen nochmal ganz schnell zum Shop. Haha! Dum, 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 dum. Äh, 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 äh. Shop. 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 Danke. Ich will jetzt sofort meinen Anzug Level 3 machen. Den habe ich mir verdient. Toll. Medipack-Mittel. Ne, ne, ne. Ich will Anzug Level 3, du Nase. Und nicht Medipack-Mittel. Den kann ich nicht gebrauchen. So, was haben wir denn dabei? Wir haben zwei Energieknoten. Das ist aber schon mal schön. Und jetzt erstmal Inventar. Was haben wir denn hier dabei? Luftkanister klein. Behalten wir Halbleiter Gold. Halbleiter Gold. Den verkaufen wir natürlich. Was sollen wir auch sonst mit dem Teil? Nein. Hier. Sitzplatz aus. Medipack-Mittel. Eins können wir verkaufen. Yep. Plasma-Energie lassen wir. Aber die Plasma-Energie können wir verkaufen. Ähm, Strahlmunition. Wer weiß, was da jetzt auf der Brücke auf uns wartet. Verkaufen wir erstmal nur das. So. Safe. Flammenwerfer. Luftkanister klein. Nee. Medipack groß. Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal so, ne? Glaube ich. Mittel, Medipack klein. Ein Luftkanister. Den können wir ein Stase-Pack. Plasma-Energie, Strahlmunition, Plasma-Cutter. Und ich glaube, wir haben alles dabei, was wir wollen. Was wir brauchen. Jetzt speichern wir nochmal ab. Und dann geht's ab in Level 3. Also, äh, Kapitel 3 quasi. Hippie. Ja. Uh, da habe ich noch welche von Kapitel 2 gefunden. Zack. Jawohl. Die überspeichern wir jetzt erstmal. Schön brav. Und jetzt geht's so gleich weiter. Eier toller. Auf ins Gefecht und so. Ja, ja. So. Warning. This is a dangerous environment. Sync your rig regularly. Safety begins with you. Work and think safety. Oh, cool. Das heißt, wir sollen natürlich daran denken, dass unser Rig immer voll aufgeladen ist und synchronisiert ist. Kontrollraum. Tage seit dem letzten Unfall. Null. Ja. Richtig. Das hier kann man schon Unfall nennen. Yeah. I love my Peng. Immer noch. And I love your Peng too, baby. Ja. Hübscher Po auf dem Poster. Gut, dass hier keine Monster drin sind. Aber ich gucke trotzdem jedes Mal. Juppie. Aufgabe erfüllt. Kapitel 3 abgeschlossen. Kurskorrektur. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Möchten wir speichern? Ja. Wir wollen mal wieder speichern. Immer das Gleiche. Wir speichern immer. So, und wir speichern jetzt einfach hier drüber. Zack. Dankeschön. Und es geht weiter. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Sammeln Sie erste Hilfepakete zur Erhöhung der Gesundheitsanzeige. Ja. Ich werde übrigens mit dem nächsten Energieknoten, also mit den nächsten beiden, das Rig weiterleveln. Ob euch das jetzt passt oder nicht, weil ich finde es extrem wichtig, dass wir einstecken können. Immer noch. Ah! Boah! Kendra hat ja recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kendra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Warum erschrecken die einen immer so? Er ist auf dem Schiff im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach, was? Sie wusste nichts darüber? Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewöhnt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Hallo? Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Käpt'ns. Ich werde Ihnen später alles erklären. Alles klar. Alles klar. How do we measure success? Ja, keine Ahnung. Ich bin total successful hier momentan. Ach ja, Plasma-Energie. Wenn hier schon so viel Munition rumliegt, ne? Hallo? Okay. Dann möchte ich nicht wissen, was da vorne auf mich wartet. Oh, dieses Bild. Oh Gott. Schaut es euch an. Oh nein. Ich werde hypnotisiert. Oh. Okay. Dragonfly. Nanographic Technologies. Okay. Ja, ja. Ich drück mich schon wieder. Ich will da nicht hin. Da ist Blut. Das gefällt mir nicht. Eeeh. Okay. Attention. The bridge of the USG Ishimura is a secured location. All personnel must pass the security bioscan before entering. Nein, bitte nicht schon wieder. Please proceed to the right and wait for instructions from the officer. Thanks for your cooperation. The Ishimura security team. Be a team player. Ich bin total der team player. Habe ich mich hier nicht schon als team player bewiesen? Ich will nicht nochmal durch so eine... Durch so ein Bioscan. Da sind Monster drin in so Bioscan-Teilen. Ich will nicht. Oh Mann. Ja, der Kumpel hier, der war bestimmt im Bioscan. Das hat der auch nicht bekommen. Hallo? Äh. Ah! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was war das? Ich bin mal ganz mutig und gucke raus. Ah! Okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Du willst deine Ruhe. Ich respektiere das. Ganz ruhig, Fee. Die wollen dir nur Angst machen und sie schaffen es. Diese Lüftschächte. Lüftschächte. Diese Lüftschächte. Da werden bald noch Monster rauskommen. Aber erst mal ab in die Shop hier und gucken. Und ich will jetzt Anzug Level 3. Sonst werde ich, äh, bescheuert. Och Mann. Ich will doch einen Anzug haben. Also die Munition werden wir jetzt auf jeden Fall behalten. Denn wer weiß, was auf der Brücke auf uns wartet. Ich will es nicht wissen. Und aus dem Grund behalte ich jetzt alles, was ich habe. Hauptatrium. Willkommen, Ishimura-Offizier. Ja, hallo. Danke. Hallo? Ich bin lieb und unbewaffnet. Hehe. Oh fuck. Oh fuck. Hoffentlich hält die Brücke, äh, die Hülle und die Brücke auf. Hallo? Mist. Ich hab's gewusst. Das ist auch in Star Trek immer so. Wie jetzt? Ja. Okay. Alles klar. Okay. Und was muss ich jetzt machen? Ich speichere erst mal. Erst mal speichern. Speichern ist erst mal immer schön. Ja. Danke. Und jetzt ganz schnell umdrehen. Wer weiß, was da noch so hinter uns steht. Isaac, dreh dich um. Wo muss ich denn jetzt hin? Da runter. Alles klar. Ah, ich muss jetzt runter, oder was? Na, da bin ich mal gespannt, was da unten auf uns wartet. Haha. Hallo? Was ist das? Da liegt was. Das sieht nach einem Schema aus. Hä? 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 Meine Fresse. Zehn Jahre später. Okay. Den holen wir uns dann gleich. Was ist denn das? Okay. Ähm. Wir müssen übrigens Schluss machen. Haha. Tut mir leid. Es tut mir leid, ob euch das jetzt passt oder nicht. Denn wir sind schon wieder bei den 20 Minuten. Und ich kann jetzt schon nicht mehr aufnehmen. Und gleich ist meine Festplatte wieder voll. Es tut mir leid. Ich weiß, ich weiß. Äh. Aber bis bald. Und dann holen wir uns direkt nächstes Mal den A2-3. Yippee. Tschüsschen. 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 Das war's für heute.